Was ist eine Lungenembolie? Eine Lungenembolie ist die plötzliche Blockade einer Lungenarterie oder einer Arterie, die die Lunge versorgt. Die Blockade wird häufig durch ein Blutgerinnsel verursacht, das von einer anderen Stelle im Körper in die Lunge gelangt ist. In seltenen Fällen kann eine Luftblase oder ein anderes Hindernis die Blockade verursachen. Eine Lungenembolie kann zu niedrigen Blutsauerstoffwetten führen und andere Organe durch Sauerstoffmangel schädigen. Sie ist die Todesursache für ungefähr 60 000 Patienten in den USA pro Jahr. Häufige Quellen von Blutgerinnseln, die eine Lungenembolie verursachen können, sind die Venen tief in den Beinen. Die Blutgerinnsel können sich dort als Folge von sitzender Tätigkeit bilden, beispielsweise nach einer Operation, während einer Krankheit, die Bettruhe erfordert, oder sogar während langer Fahrten in einem Auto, wenn sich die Beine nicht bewegen. Schäden an den Venen, wie bei Operationen oder Verletzungen, können ebenfalls Blutgerinnsel verursachen. In einigen Fällen bewirkt die Genetik, dass das Blut einer Person gerinnt und Gerinnsel bildet. Die Symptome einer Lungenembolie treten häufig plötzlich auf und können Atemnot, Schmerzen in der Brust beim Tiefatmen oder Husten sowie möglicherweise das Abhusten von Blut umfassen. In einigen Fällen ist das Blutgerinnsel, das eine Lungenembolie verursacht, gering und die Symptome sind langsamer. Diese allmählich auftretenden Symptome umfassen Benommenheit oder Ohnmacht, schnelles Atmen, Angstzustände und starkes Schwitzen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Anzeichen oder Symptome einer Lungenembolie auftreten, kann ein Arzt Tests zur Diagnose des Zustands anordnen. Typischerweise gehören ein Elektrokardiogramm und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs zu den ersten in Auftrag gegebenen Tests. Ein Elektrokardiogramm oder ein Elektrokardiogramm ermöglicht es dem Arzt, die Rate und die Gleichmäßigkeit des Herzens zu messen, während eine Röntgenaufnahme der Brust die Lungen, das Herz und die Arterien zeigt. Andere diagnostische Tests könnten Ultraschall- und Blutuntersuchungen umfassen, bei denen der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen wird. Viele Menschen mit kleinen Lungenembolien werden sofort mit einem blutverdünnenden Anticoagulans behandelt. Das Medikament kann in Form einer Pille, einer Injektion oder eines intravenösen Tropfens vorliegen. Eine große, schwere Lungenembolie kann lebensbedrohlich sein und erfordert möglicherweise eine Operation, um das Blutgerinnsel zu entfernen oder aufzulösen. Patienten, die zuvor eine Lungenembolie hatten, haben ein höheres Risiko, eine Lungenembolie erneut zu entwickeln, und das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Andere Zustände wie Übergewicht, schlechte Durchblutung und genetische Störungen können das Risiko einer Person erhöhen, eine Lungenembolie zu entwickeln. Zur Überwachung des Blutdrucks und der Herzfrequenz sind Routineuntersuchungen wichtig. Alle Anzeichen oder Symptome sollten mit einem Arzt besprochen werden.